oh fuck das ist also das ding hier was motivierendes folge deinem herzen folge deinem herzen sehr schön, jetzt zum 3. Finale spring in die Luft und krache auf das Druckpad in dem du dich duckst dann sag was cooles und mach dabei dein bad-assigstes Gesicht nicht wie schmetter ich? C C, also wir tasten hier kommt Kohle raus ja irgendwie nach unten auch mal sauer das Spiel hat irgendwie was ja das finde ich nämlich auch also das ist schon ziemlich geil aber man muss sich halt damit ich glaube wir kennen das jetzt schon es ist sehr empfehlenswert was ich sehr empfehlen kann ist das das ähm In den Kameras war kein Film. Alter. Oh, fuck, ich hab die F gedrückt. Scheiße. Oh, Leute, jetzt hab ich ihn geschützt. Wie das aussieht. Wie geil ist das denn? Hier, guck mal. Ja. Wie geil der aussieht. Oh mein Gott, ey. Der ist shit einfach. So, müssen wir wieder raus, wa? Ich glaube, vielleicht. Vielleicht. Rechtsrum. Hier oben? Ich glaube, wir müssen ganz hinten lang, müssen wir einmal, also... Bei mir geht irgendwie die ganze Zeit, äh, gehe ich irgendwelche Dinger hier durch, irgendwelche, ähm... Na, kommt drauf. Irgendwelche Skills bei mir hier. Ich hab mir so'n Skill-frei geschaltet, wo ich irgendwie verschiedene Skills durchschalte. Hm. So. Was haben wir hier noch? Hier ist nur ne Granate, die brauchen wir nicht mehr. Das ist die Frage mal kurz... Weißt du, man kann da reinfliegen? Wo? Na, ich glaube nicht. Bist'n du jetzt? Hier oben. Ja, Junge, du bist schon wieder irgendwo anders, ne? Das ist halt wieder so'n typischer Leon. Das ist halt echt der Shit, man. Wenn du jetzt gar nicht irgendwas da oben findest... Nein! Oh, nein. Kommen wir da überhaupt lang? Ich glaub, da kommen wir gar nicht lang. Da müssen wir, glaub ich, hier vorne... Nee, ich glaub auch nicht. Da oben kommen wir nur wieder raus. Oh, oh Gott. Eventuell Sauerstoff. Ist irgendwo Sauerstoff? Ja, ja, hier vorne hier. Gut, gut. Ach, mich braucht das ja auch für meine Fähigkeit hier. Dieses Schweben. Das ist schon ganz cool mit diesem Gleiten. Aber ich find auch die Szenerie ganz geil. Also Borderlands 2 war ja schon ganz cool, aber ich find das halt hier mit dem... Oh! Mit dem Szenario hier find ich das echt geil. Alter, wo kommen die denn immer alle her? Hm. Oh, das ist ein großer. Aber ein richtig großer. Na gut. Aua, 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 aua. Irgendwo sind hier noch welche. Loa, wie die fliegen? Mach's nicht fertig, Jackie. So kein Will. Dass er labert. Oh, lol. Was hab ich denn jetzt hier? Ich glaub ich hab ne Kettensäge oder sowas. Ja. Komme! Ich glaub ich da hin weiter, ne? Äh, wo... Wo waren wir lang? Ui! Alter, er ist jetzt hier drüben. Aber du bist glaub ich down. Ja. Ich werde sie verlächtern! Ach nein. Was ist hier zu leeren, warte? Wie bist du da hochgekommen? Ah, da. Hintenrum. Ja. Ja, siehst du gerade. Oh! Also in Borderlands kann man ja sowieso schon hoch springen, ne? Aber dann jetzt noch mit der Kombination hier. Bei mir ist es ein bisschen schwer, weil es echt ganz schön lag bei mir. Oder er steht einfach wirklich da rum? Ah, steht wirklich da rum, gut. Blöber, was ist denn jetzt? Wie schnell war der denn jetzt down? Oh, nein! Oh, nein! Ich hab ja schon lange aufgeballert. Weil das irgendwie mein... Was macht er hier eigentlich? Ist so bescheuert, ne? Ohohohoho, nicht? Was? Was macht er denn hier?! Ey, das ist der shit! So geil einfach nur! Oh. Oh. Ja, äh, Leon, ja. Was war da drinne? Nichts. Ja, natürlich war hier nichts drinne. Natürlich war hier nichts drinne. Guck doch, es ist leer. Oh mein Gott. Traust du mir etwa nicht? Nicht leer. Äh, na, ich will dir doch immer vertrauen. Immer. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Aua, Aua. Alter. Die sind großer, die sind großer. Ja, alles gut. Ich stehe oben. Kommt hier nicht hin. Oh, was macht er denn jetzt hier? Neu, was ist das denn? Alter, wie krass ist er denn? Okay, die Fähigkeiten von Clipschip sind schon ganz schön fett. Ja, das ist geil, ey. Oh mein Gott. Ja. Meine Typen sind geil. Die fallen auch runter ins Sterben. Ich bin ganz cool. Ich sehe das gerade. Und. Wupp, wupp. Warte ich auch. Oh, ich war auch der Sauerstoff. Das ist ja was. Ja, da muss man mal ein bisschen drauf achten hier. Clapschip ist einfach der Obershit, Mann. Du hast gerade noch Luft geschrien hier. Übrigens kaum noch Munition, also. Nee, ja, ich hab, na, ein bisschen hab ich noch. So, hier müssen wir übrigens weiter, glaub ich. Ja. Hier krieg ich doch wieder, hier, Sauerstoff. Na, haben wir alles gemacht. Ja, nur dann. Aber warte mal ganz kurz, bevor ihr da jetzt anfangen. Ich hab noch ein Bett erst dran, ganz kurz. Oh, Verbindung verloren. Ja, gut, dass wir gerade mal Pause gemacht haben. Wollen wir gleich mal gucken. Ich hab übrigens ein MG, äh, hat jemand, will jemand von euch hier MG spielen oder sowas? Ich kann erstmal wieder rein, warte. Oh, weil es macht doch nicht viel Schaden. Ich hab noch ein Schild. Alter, was hast du für ein, was hast du für ein Schild? Warte, ach scheiße. Ne, erstmal eine Granate. Ich hab auch ein paar MGs. Ich hab falte Taste gedrückt. Erstmal eine Granate werfen. Ich hab hier nämlich noch eins. Aber diese Kids, die kann man auch auswechseln, ist klar. Ja, 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 ja. Okay, jetzt bin ich hier. Ähm, ich hab noch ein Schild, also noch eins übrig mit... Aber jetzt steht 113, 14, 94. Moment. Hey, Wilhelm, willst du zum Mond kommen und ne Kammer für mich jagen? Nein, nein. Ich zahl dir auch ein paar Millionchen. Okay. So war der Starweiz. Das ist so cool, was ich im Inventar hier drin hab. Weil ich würd, glaub ich, erstmal bei meinen jetzigen Waffen bleiben. Ich kann hier... Ich werf die mal raus. Ich werf die beiden mal raus. Hier einmal die und einmal die hier. Können wir mal gucken, ob ihr was davon braucht. Wenn nicht, dann sagt ihr Bescheid. Dann los. Ja, ich mach mal dasselbe gleich. Und sogar ein paar Schild. Ihr seid aber auch. Ihr seid alle so hübsch. Äh. Alter, was... Ey, Junge, was hast du denn bitte alles? Ich hab ne XC, Valer. Äh. Ja. Alter, what the fuck? Ich hab ein paar Waffen gehabt. Hab ich gefunden. Ja, ich merk das schon. Ich hab ja auch noch ein bisschen gelegt. Hm. Ich bin aber am überlegen. Also wenn, dann würd ich die, glaub ich, auswechseln. Weil die gefällt mir nicht so. Ich hab ja zwei verschiedene, halt, noch damit ich halt die, äh... Dings habe. Verschiedene Damage-Klassen. Ja. Wegen der Muni. Ich würd die mal nehmen. Wenn du noch was brauchst, Adegan, dann kannst du nochmal gucken. Ja, ich okay gerade. Hier biorig hab ich ja auch noch ne, ne... Randfeuerwaffe. Okay. Okay. Die ist ein bisschen... Wenn wir so alt sind, wollen wir? Ja. Okay. Dann nimm mal mit hier wieder. Ich bin voll. Einer muss noch eine Sache nehmen. Ja, dann nehm ich die mal hier noch mit hier. Zack. Auf geht's. Regolith, range, 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 hier. So, ein bisschen Sauerstoff. Kannst du wieder kaufen? Kannst du verkaufen. Das ist ein... Verkaufen ist. Das ist ein guter Tag. Ach stimmt, hier hab ich noch jemanden. Wobei, der kriegt Schaden, ne? Was habt ihr für ein O2-Kit? Also O's-Kit. Ich hab hier nämlich noch eins mit Kapazität 155 und Schmetterschaden 402. Okay. Das Kanal haben wir wirklich... Ich kann's euch kaufen. Kannst du verkaufen. Ich hab dann... Okay. Etwas ins Auge fällt. So. Aber jetzt Angebot des Tages ist das immer ausverkauft. Ja, noch. Mal gucken, wie lange es noch dauert, bis wir ihn hier endlich mal kaufen können. Ich brauche halt dein Geld. Ich brauche halt, dass du lebst weiter. Hallo, ich mache das, du hast... Wer war denn das... Wer war denn das letzte Mal hier Dings gewesen? Ähm, oh. Sagen wir hier. Okay, das ist nicht so gut. Dings. Äh, da war hier... Der Mediemann. War das... Wer war das denn nochmal gewesen? Äh. Keine Ahnung. Was war das jetzt? Ja, ich mein hier beim, ähm... Bei... In dem Spiel hier. Welchen wir da hatten. Gab's keinen Mediemann, oder? Doch, klar. Du meinst den Dock. Es gab einen Dock. Es gab Moxie. Ja, den Dock. Ja, den Dock, den Dock meinte ich. Der hieß Fabian. Der Hals kann ich nicht so gut. Und der wollte immer mal Menschenteile haben. Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Dock. Ist das nur Dock? Locker. Locker. Oh, ja. Ich finde das ganz cool, dass wenn du hier Kisten aufmachst, dass die sich so aufsprengen, weil hier der Druck einfach viel geringer ist. Alter, was ist das ein bisschen für einer? Hallo. Was hab ich denn jetzt hier? Ich wurde geclap-rapped. Ah, lol. Ich schieße automatisch jetzt. Jetzt gehe ich hier aber mal richtig amok. Ja, ich auch. Machen wir es alle? Leon auch? Wie geil ist das denn, ey? Mann, das schieße automatisch. Gar nicht mal so geil, weil meine Mundi dann weg ist. Oder kommt die wieder? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Autsch. Er ist an der Dawn. Oh, badass. Savage. Nicht gut. Oh, badass. Oh, wir wollen da wieder beleben hier? Ja. Äh. Ich würde gerne... Ja, ich mach uns den Typen kaputt. Du gerade eh. Ja, warte, 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 warte. Okay. Ist er da? Was haben wir hier? Bevor er einsammelt jetzt hier. Lass uns mal gucken. Oh, das würde ich gerne, nee. Nehmen. Ja, eingesammelt. Gut. Perfekt. Hier sind Waffen. Da waren Waffen. Da waren noch zwei andere Waffen. Da waren noch fliegende Waffen. Alles gut. Soll ich wieder... Ja, ein Badass-Rang haben wir wieder bekommen hier. Nee, aber nicht, höll. Da waren wir wieder was hier. Ich brauche keine Badass-Ringe bis jetzt, glaube ich. Hm-mm. Feierrate. Ah, doch. Oh, da geht die Treffsicherheit runter. Hätte ich vielleicht mal vorher lesen sollen. So, hier hat's ja nicht noch dieses eine Gewehr hier, das, was du eingesammelt hast, wenn du das nicht selber spielen willst. Warte. Oh, hier haben wir hier das Geld und alles rausgefeuert wird aus den Dinger, das ist schon ganz geil. Okay. Warum müssen wir hin? Komm wir eigentlich drauf? Ja, komm wir. Müssen wir da drauf? Weiß ich nicht. Scheint mir so, oder? Wir können einmal rumlaufen. Probieren wir mal einmal rumlaufen. Ich hab jetzt mehr Sauerstoff als sonst. Dann kannst du ruhig die Kids wieder nach. Oh ja, ich auch. Trotzdem muss ich doch einmal aufladen. Scheint mir jetzt, wenn wir hier hochkommen. Was zum Teufel machst du in der Defts Territorium, Kamerjäger? Oh fuck, schon wieder F gedrückt. Das war ja nicht so schlimm halt, ne? Scheiße, ich komm mir wieder nicht hoch. Oh, da ist einer dauernd. Oh, jo. Das ist natürlich jetzt gut. Tag, bin wir da. Ich hab hier erlaubt, scheitern jetzt zu sein. Beeindruckend, wenn man bedenkt, wie die Assoziien als Kinder behandelt. Aua. Wir haben ein bisschen Giftschaden gemacht. Jetzt ist auch einer gerade wieder in dem Bett, der ist vorbeigegangen hier, ne? Bin hier hinten dann weg. Dingsen. Guck mal, ob wir den so weit dauernd kriegen, dass du den machen kannst, Adrian. Dann schau' ich schon. Sehr schön. Oh, auf jeden Fall. Hier ist wieder ein bisschen... Ah, hier ist übrigens O2. Wenn ich noch was brauche, ohne Ende. Ohne Ende. In der Zippe. Wir müssen die Plakate hier aufhängen, ist klar, oder? Nein, nein. Dranspringen und E drücken. Äh. Was? Okay, brauche ich da mal Hilfe, kurz? Oh. Ja. Ich bin gar nicht in der Nähe, das ist ein Problem. Weil ihr rennt schon vor und ihr guckt ja nicht mal auf die Missionsziele hier. Ja, müsst ihr ja mal ganz entspannt hier, ne? So, hier oben ist auch noch einer ran, anscheinend. Oh, fuck. Schon wieder falsche Tasten gedrückt. Ich hieß kotzen. So einen hab ich noch angebracht. Einfach hier oben. Oh, hier ist noch eine Torellette, oder sowas? Da oben. Da oben. Oh.